Ja, betriebliche Alterssorgung statt vermögenswirksamen Leistungen ist ja ein ganz großes Thema, ein hocheffizientes und hoch spannendes Thema, ein Thema auch, das auch von der Versicherungswirtschaft natürlich zu Recht aufgegriffen wurde. Vielleicht hier, das einmal in Zahlen einfach die Funktion dargestellt, bei einem Bruttogehalt von 2.500 Euro, wenn ein Mitarbeiter VWL obendrauf erhält, zum Beispiel 40 Euro, beträgt das Gesamtbrutto 2.540 Euro. Es kommt Lohnsteuer weg, es kommen Sozialabgaben weg, es kommt dann zu einem Nettoverdienst von 1.516 Euro. Die 40 Euro Weisung an die vermögenswirksamen Leistungen gehen weg, das heißt der Mitarbeiter hat ein Nettogehalt von 1.476 Euro. Im Ergebnis kostet die vermögenswirksamen Leistungen 23 Euro. Wenn man es vergleicht, statt den vermögenswirksamen Leistungen gewähre ich BAV, dann widme ich zu den 2.500 die BAV um, 40 Euro, gebe ich einen zusätzlichen BAV-Beitrag von 54 Euro drauf, das heißt der Gesamtbrutto von 2.446. Auch da geht Solidaritätszuschlag, Sozialabgaben weg. Es kommt zu einem Nettoverdienst von 1.476, der ganz identisch ist mit der linken Spalte, mit VWL. Der Vorteil ist nur, die 40 Euro und die 54 Euro, die ich mir aufgrund der Effekte erlauben kann, drauf zu geben, führt dazu, dass im Vergleich zur vermögenswirksamen Leistungen 94 Euro in die Anlage kommen und nicht 40. Also eine wesentlich höhere Effizienz, ein wesentlich höherer Nutzen. Und wenn dieser Weg über die Unternehmenskasse gewählt wird, das heißt ein Innenfinanzierungssystem, bei dem für den Mitarbeiter keine Kosten, keine Provision, nichts weg geht, bleiben diese 94 Euro auch im Unternehmen, stärken das Unternehmen, stehen den Unternehmen zur Verfügung und der Mitarbeiter hat 94 Euro, ab den ersten Euro in der Anlage, also eine absolut hohe Effizienz, Nutzen für beide Beteiligten, für beide sehr interessant, für den Mitarbeiter und den Unternehmer und letztendlich auch für das Unternehmen, das dadurch gestärkt wird, Mitarbeiterbindung, Innenfinanzierung, Bankenunabhängigkeit und alle anderen Effekte, die damit verbunden sind.